Wenn Sie einverstanden sind, würde ich dann mit der Abstimmung bzw. mit dem Abstimmungsverfahren beginnen. Ich lasse jetzt über die Einzelpläne im wahrsten Sinne des Wortes auch einzeln abstimmen und frage, wer für die Annahme des Einzelplans 01 Hessischer Landtag ist. Wer ist für die Annahme? Für die Annahme sind SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU und die FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Linkspartei. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD, Linkspartei. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 03 Hessischer Ministerium des Innen- und für Sport. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich niemand. Wenn ich das richtig sehe, damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 04 Hessischer Ministerpräsident. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich niemand. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 05 Hessischer Ministerium der Justiz. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan angenommen. Einzelplan 06 Hessischer Ministerpräsident. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses enthält sich jemand der Stimme. Es ist nicht der Fall. Damit twee Einzelplan angenommen. Einzelplan 07 für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Wer ist für die Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Es enthält sich jemand. Es ist nicht der Fall. Damit ein Einzelplan angenommen. Einzelplan 08 für Sozial und Integration. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, den Rest des Hauses. Enthält sich jemand. Es ist nicht der Fall. Damit ein Einzelplan angenommen. Einzelplan 09 für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft Verbraucherschutz. Wer ist für Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Es ist nicht der Fall. Damit angenommen. Einzelplan 10, Staatsgerichtshof. Wer ist für Annahme des Einzelplans? CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der SPD und die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Es hält sich niemand der Stimme. Damit ist der Staatsgerichtshof Einzelplan 10 angenommen. Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof. Wer ist für Annahme? FDP, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Die AfD-Fraktion. Enthält sich jemand der Stimme? Es ist nicht der Fall. Damit ist angenommen. Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wer ist für Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Es ist nicht der Fall. Damit ist angenommen. Einzelplan 17, Allgemeine Finanzverwaltung. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Es ist nicht der Fall. Damit ist angenommen. Einzelplan 18, staatliche Hochbaumaßnahmen. Wer ist für Annahme? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Enthält sich jemand der Stimme? Es ist nicht der Fall. Damit ist eine mehrheitliche Annahme des Einzelplans 18. Damit haben wir alle Einzelpläne abgestimmt. Wir kommen nun zu dem Gesetzentwurf. Gemäß § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen, und es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020 in der vom Haushaltsausschuss empfohlenen Fassung, Drucksache 20-2090 zu Drucksache 20-1407, zur Vorbereitung der dritten Lesung dem Haushaltsausschuss zurückzuüberweisen. Widerspricht dem jemand? Das ist nicht der Fall. Damit tun wir das.